Ein ungewöhnliches Bild, das man hier bekommt mit diesem vertikalen Grün. Anstatt von Bäumen, die wir nicht pflanzen konnten, weil wir so wenig Bodenaufbau hatten, haben wir uns hier entschieden, vertikales Grün an Traversen hoch klettern zu lassen. Also Rangpflanzen, die bis in das vierte Obergeschoss wachsen können, wie wilder Wein oder die Pfeifenwinde und die dann für die Bewohner und Bewohnerinnen hier auch einen schönen Blickfilter erzeugen zwischen der einen Balkonseite und der anderen Balkonseite. Wir haben uns für wilden Wein und für Pfeifenwinde entschieden, weil der wilde Wein zum einen eine sehr schöne Herbstfärbung hat, deswegen ist er hier auch sehr dominant. Er ist natürlich auch sehr robust und wir haben uns für die Pfeifenwinde entschieden, die man hier im Hintergrund sieht, die ein sehr schönes, großes grünes Blatt hat.